Moin Leute! Irgendwie bin ich in so einer Wireless-Videotransmitterschleife gelandet und habe schon wieder ein Gerät zum Testen bekommen. Dieses Mal von Holyland den Mars 4K. Vielleicht erinnert ihr euch, ich hatte schon mal vor einiger Zeit von Holyland einen Mars da, das war der Mars Pro. Der hat allerdings nur mit maximal 1080p gefunkt und jetzt halt die Variante mit 4K. Anwendungsfall, denke ich mal, ist relativ klar für alle, die Kameras dort positionieren müssen oder wollen, wo sie halt kein Kabel hinlegen können. Das mag sowohl bei Aufnahmen Sinn machen, aber vor allem auch bei Livestreams, wo vielleicht eine Kamera auch mobil sein muss und deshalb natürlich ein Kabel dann stören würde. Die beiden Achillesfersen bei dieser ganzen Thematik sind natürlich immer die Reichweite und natürlich die Latenz. Das heißt, mit welcher Verzögerung kommt das Videosignal aus der Kamera dann beim Empfänger an? Im Lieferumfang enthalten sind natürlich Sender und Empfänger. Die sind optisch weitestgehend gleich, kann man eigentlich hier nur durch diesen roten und blauen Aufkleber unterscheiden. Die haben beide hier so fancy Antennen, die sehen zumindest erstmal so aus, als ob sie was können. Dann, was auf jeden Fall sehr auffällig ist, ich habe sowohl HDMI als auch SDI. Das wird natürlich all diejenigen von euch freuen, die vielleicht so ein bisschen professioneller unterwegs sind und auch mit SDI-Signalen arbeiten. Ich kann die Geräte über unterschiedliche Stromversorgungsmöglichkeiten versorgen. Ich habe einmal hier die Möglichkeit, ein Netzteil anzuschließen. Eins ist übrigens auch im Lieferumfang enthalten. Dann habe ich als weitere Möglichkeit hier diese klassischen NPF-Akkus, die ich einfach hinten reinklipsen kann. Und dritte Option ist dann hier USB-C. Außerdem habe ich dann hier unten noch ein Gewinde, wo ich dann irgendwelche Blitzschuhhalterungen oder ähnliches reinschrauben kann. Und was gar nicht so schlecht ist, es kommt hier so ein Adapter dabei, beziehungsweise wird mitgeliefert und den kann man hier auf zum Beispiel den Sender aufschrauben. Dann habe ich halt die Möglichkeit, es nicht nur hochkant auf der Kamera zu montieren, sondern ich kann es auch liegend montieren. Okay, der Akku, den ich jetzt hier drauf habe, der ist vielleicht ein bisschen überdimensioniert, aber ich habe leider keinen kleineren. Ja, und ansonsten war es das eigentlich schon vom Lieferumfang. Was mir aufgefallen ist, ich habe hier einen richtigen Ein- und Ausschalter. Das persönlich finde ich ja immer sehr sexy. Also heutzutage haben alle Geräte irgendwelche Druckknöpfe, aber hier habe ich halt mal so einen richtigen Schalter. Das persönlich finde ich schon mal sehr cool. Ja, und dann habe ich halt hier noch so einen Knopf, so einen Joystick-Knopf. Über den kann ich dann im Menü verschiedene Optionen einstellen, aber so wahnsinnig viel kann man da gar nicht einstellen und muss man auch nicht. Das Wichtigste ist natürlich, was der Hersteller an Latenz und Reichweite verspricht. Und da verspricht Holyland eine Verzögerung von 0,06 Sekunden. Das sind also 60 Millisekunden, also so roundabout zwei Frames, wenn wir mit 30 Bildern die Sekunde filmen. Und als Reichweite gibt Holyland 150 Meter an. Natürlich auf Sichtlinie, wenn da nichts dazwischen ist. Ja, und wie hat sich das Ganze geschlagen? Das habe ich mir mal angeschaut. Um die Latenz zu testen, habe ich einfach zwei identische Kameras genommen, die beide über einen Elgato Cam Link an meinen Rechner angeschlossen. Erstmal sichergestellt, dass die beide synchron laufen. Und dann habe ich einfach in diese Videoübertragungsstrecke bei einer Kamera die Funkstrecke mit eingebaut. Ja, das Ganze habe ich dann einmal für 1080p und für 4K gemacht. Habe dann einfach eine Stoppuhr abgefilmt. Irgendwann gestoppt. Und dann halt einfach geguckt, was ist denn da die Differenz zwischen diesen beiden Signalen. Ich weiß, da ist eine kleine Messungenauigkeit drin, also so ganz 100% wissenschaftlich ist das nicht. Aber für die Praxis, denke ich mal, reicht es, wenn man auf ein Frame genau rauskommt. Und ein Frame bei 30 Bildern die Sekunde, der hat ja etwa 33 Millisekunden. Ja, bei 1080p, da bin ich auf einen Unterschied, also auf eine Latenz, eine Verzögerung von circa 80 Millisekunden gekommen. 80 Millisekunden, das ist dann irgendwo so zwei bis drei Frames. Drei Frames wären halt irgendwie so 99 oder 100 Millisekunden. Also da so roundabout und da liegen wir dann auch in etwa in dem Range, den der Hersteller verspricht. Bei 4K, da sieht es ein bisschen anders aus. Da wurde die Latenz ein bisschen größer. Da habe ich dann circa 150 Millisekunden gemessen. 150 Millisekunden, das sind dann so circa vier bis fünf Frames. Und das ist dann schon etwas, ja, das sieht man auf jeden Fall. Also um da eine kabelgebundene Kamera und eine per Funk parallel zu betreiben, muss man da schon in irgendeiner Form etwas tun, um diese Signale dann später zum Beispiel in einem Bildmischer oder in einer Software wie OBS dann wieder auszugleichen. Denn sonst ist das meiner Meinung nach ein zu großer Sprung in der Synchronität. Nichtsdestotrotz ist die Latenz durchaus akzeptabel, wenn man einfach bedenkt, was diese Geräte kosten. Denn gerade im Bereich 4K, wenn man da ein Funkübertragungssystem haben möchte, komplett latenzfrei. Da ist man also schon in einem anständigen vierstelligen Bereich. Und ich habe es noch gar nicht gesagt, bei dem Mars 4K, da liegen wir preislich so 750 bis 800 Euro in dieser Preisregion. Und da ist es durchaus ein akzeptabler Wert. Nichtsdestotrotz muss man es natürlich wissen und muss halt für sich einfach entscheiden, ob das eine Latenz ist, mit der man leben kann. Bei der Reichweite verspricht Holyland 150 Meter oder 450 Fuß bei freier Sichtlinie. Ich bin einfach hier auf den Parkplatz gefahren, Supermarkt, auf dem Sonntag, wo nichts los war. Und ja, dieser Parkplatz, der hat etwa eine Länge von so circa 170 Metern. Habe ich jetzt nur mit Schritten abgemessen. Also auch da durchaus einige Meter an Ungenauigkeit drin. Aber diese 150 bis 170 Meter, die hat der Holyland bei 4K ziemlich problemlos gemacht. Also mir sind keine Abbrüche des Signals aufgefallen oder Ruckler oder Sonstiges. Also insofern geht das mit diesen 150 Metern bei freier Sichtlinie schon absolut in Ordnung. In der Praxis ist es natürlich oft so, dass man keine freie Sichtlinie hat. Also wenn man solche Geräte betreibt, dann ist es oft ja auch Indoor und oft gibt es da irgendetwas, was dazwischen ist. Entweder ist da mal eine Wand zwischen oder ein Pfeiler oder es laufen auch viele Menschen rum. Also so ein ganz, ganz freies Sichtfeld hat man ja eigentlich selten. Und deshalb bin ich einfach nochmal mit dem Teil hier bei uns durchs Haus gelaufen. Habe den Empfänger bei mir oben ins Büro gepackt und bin dann mit dem Sender langsam runtergegangen. Das habe ich jetzt nicht auf Video, weil das auch ein bisschen komisch ist, wenn ich mit dem Teil hier durchs Haus laufe. Aber die Erfahrung hat gezeigt, eine Etage runter, also mit einer Decke dazwischen, ziemlich problemlos. Also da hatte ich jetzt keinerlei Aussetzer. Da konnte ich auch in unterschiedliche Räume gehen. Also so, dass das Signal auch quasi schräg durch die Decke ging. Allerdings, wenn ich dann noch eine Etage weiter runtergegangen bin, sodass da zwei Decken dazwischen waren, dann wurde es halt schon hakelig. Also schon auf der Hälfte der Strecke, auf der Treppe, habe ich erste Aussetzer bekommen. Und als ich dann wirklich zwei Etagen tiefer war und quasi zwei Decken zwischen Sender und Empfänger waren, da war das Bild dann auch wirklich komplett weg. Es ist nicht so einfach, eine objektive Aussage über die Reichweite zu treffen. Denn da gibt es so wahnsinnig viele Faktoren. Wie ist die Decke beschaffen? Ist es eine Stahlbetondecke? Ist das eventuell eine Holzdecke? Und, und, und. Wir haben jetzt hier, also zwischen den Etagen, denke ich mal, normale Betondecken. Also so genau weiß ich das gar nicht, aber ich denke mal schon. Aber da gibt es halt einfach ganz viele Faktoren, wo der eine vielleicht sagt, ja, kein Problem. Riehgipswände sind vielleicht problemloser als Betonwände. Also da bleibt eigentlich immer nur die Empfehlung, das Ganze selber auszutesten. Und wenn ihr da einen konkreten Anwendungsfall habt und sagt, ihr müsst diese Geräte unbedingt in unterschiedlichen Räumen betreiben, dann bleibt euch letztendlich leider nur das Ganze, ja, selber auszuprobieren. Also zu schauen, ob man sich die irgendwo ausleihen kann oder mal bestellen kann, ausprobieren und dann gegebenenfalls zurücksenden. Aber insgesamt, sage ich erstmal, das, was der Hersteller an Reichweite verspricht, das halten die Geräte. Die Bildqualität, die ist auf den ersten Blick wirklich sehr gut. Aber als ich dann so ein bisschen genauer hingeguckt habe, dann habe ich halt schon einen Unterschied festgestellt. Ich habe hier einfach mal diese Szenerie, die ihr hier seht, die habe ich mit der kabelgebundenen Kamera gefilmt und über die HDMI-Funkstrecke. Und wenn man da dann in den Hintergrund guckt, da wo dieser kleine Stormtrooper-Helm ist, also dieser da, da sieht man halt, dass bei der Funkstrecke dort schon etwas mehr Artefaktbildung ist. Ich gehe davon aus, dass das einfach an der maximalen Bitrate liegt. Die Holyland Mars 4K-Funkstrecke funkt mit Bitraten zwischen 8 und 20 Megabit pro Sekunde. Man kann die auch umstellen. Man kann ins Menü gehen hier. Das ist dann am Sender. Und wenn man hier einen kleinen Moment auf diesen Nupsi drückt, dann kommt man hier in so ein Menü-Scenemode. Das erkennt man jetzt wahrscheinlich nicht so gut, weil das Menü einfach etwas zu hell ist für die Kamera. Und hier kann ich umschalten zwischen einem HD-Mode, einem Balance-Mode und einem Speed-Mode. Und damit kann ich einfach unterschiedliche Bitraten einstellen. Und darüber natürlich die Qualität bzw. die Zuverlässigkeit des Sendens nochmal beeinflussen. Allerdings ist halt die maximale Bitrate von 20 Mbit, also 20 Megabit pro Sekunde, dann doch ein bisschen knapp gerade für das 4K-Signal. Also wenn man zum Beispiel mal schaut, was YouTube empfiehlt, da liegt man halt bei 4K, 30 Bilder die Sekunde, schon irgendwo so im Bereich 30, 40 Megabit, die die empfehlen. Und von daher nehme ich mal an, dass da einfach so ein ganz bisschen an Bitrate fehlt. Nichtsdestotrotz, die Bereiche, gerade jetzt so Vordergrund, alles was scharf ist, das sah dann halt schon ziemlich gut aus. Aber wer halt wirklich maximale Qualität braucht und haben will, der muss ganz einfach damit rechnen, dass er durch so eine Funkstrecke dann doch vielleicht ein klein bisschen an Qualität verliert. Zwei Sachen, die ich noch ansprechen möchte, bevor ich zum Fazit komme. Das eine ist, ich kann beim Sender den Lüfter konfigurieren. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, zwischen Auto und Quiet zu wählen und habe damit auch die Möglichkeit, dann den Sender komplett lautlos zu machen. Was natürlich von Vorteil ist, wenn ich ein Mikrofon direkt an der Kamera, also in der Nähe von dem Sender betreibe. Außerdem gibt es eine App. Diese App, die fungiert auf der einen Seite als Monitor mit typischen Tools wie Waveform Monitor, False Colors, Focus Peaking, LUTs kann ich darüber legen. Also eigentlich alles, was man so typisch von so einem Videokontrollmonitor erwartet. Außerdem habe ich mit der App die Möglichkeit, auch das Signal aufzuzeichnen. Das heißt, ich kann direkt dann in dem, zum Beispiel in meinem iPhone, das Videosignal recorden. Und ich kann auch über die App das Signal direkt streamen. Insgesamt könnte die App ein klein bisschen mehr Liebe gebrauchen in der Programmierung, finde ich. Also man merkt es zum Beispiel dann so an der Übersetzung, die an der einen oder anderen Stelle hakt. Und bei dem Punkt Firmware-Update, da habe ich dann auch teilweise Fehlermeldungen bekommen, wo ich dann auch nicht so richtig schlau draus geworden bin. Also da, glaube ich, könnte man einfach nochmal ein bisschen Zeit investieren und könnte halt mit der App das ganze Paket dann insgesamt nochmal so ein bisschen runder machen. Das Fazit allgemein, ja, also der Mars 4K funktioniert. Und man kann da gar nicht so viel drüber sagen, also so ein Gerät funktioniert oder es funktioniert nicht. Und das Teil schaltet man ein, man steckt die Kabel rein und es ist wirklich wenige Sekunden später einsatzbereit. Ich hatte keine Fummelei mit irgendwelchen, ja, Connection herstellen. Ich hatte keinerlei Probleme irgendwie mit der Konfiguration. Also es ist wirklich Plug and Play. Und genau so möchte ich das bei so einem Teil haben. Denn im Grunde genommen ist dieses Gerät ja nichts anderes als eine Brücke. Das heißt, es schlägt mir einfach eine Brücke an der Stelle, wo ich halt kein Kabel verlegen kann. Und da möchte ich jetzt auch nicht mit wahnsinnig vielen Menüs zu tun haben und da ständig immer wieder drin rumfummeln. Und das hat mir einfach extrem positiv gefallen. Von der Form und Formfaktor, ja, auch in Ordnung. Also natürlich, das größte Problem hier in meinem Fall ist natürlich der Akku. Aber ansonsten, ja, auch hier diese Möglichkeit mit diesem zusätzlichen Befestigungsschuh und dann hier unten dann nochmal das Gewinde. Also das klappt alles sehr gut. Gut. Ja, letztendlich entscheidend sind natürlich dann die technischen Werte. Und ich hatte euch das gesagt, die Latenz, die liegt fast in dem Bereich, den der Hersteller angibt. Ich persönlich würde mir wünschen, dass die Hersteller da ein bisschen ehrlicher sind und dass sie einfach von vornherein sagen, Pass auf, bei 1080p, da haben wir eine Latenz von 0,06 bis 0,08 Sekunden. Und wenn ihr in 4K funkt, dann müsst ihr halt einfach mit ein bisschen mehr Latenz rechnen. Aber bei den technischen Spezifikationen werden halt immer die absolut besten Werte angegeben. Da wird halt auf der einen Seite gesagt, ja, ich habe die Möglichkeit in 4K zu übertragen. Und dann wird an anderer Stelle gesagt, ich habe eine Latenz von 0,06 Sekunden. Aber dass das nicht zusammenpasst, also das 4K und die 0,06 Sekunden, das schreibt halt keiner. Und das ist meiner Meinung nach nicht notwendig, weil die User sind nicht doof und sie sind auch keine Kleinkinder. Und ich glaube auch, dass viele verstehen, dass man natürlich bei höheren Auflösungen und bei mehr Datenübertragung unter Umständen etwas mehr Latenz hat. Also da muss man meiner Meinung nach als Hersteller jetzt nicht irgendwie so komische Marketingkniffe machen. Nichtsdestotrotz geht das meiner Meinung nach für den Preis in Ordnung. Also in der Preiskategorie 750 bis 800 Euro, ein 4K-Übertragungssystem mit einer durchaus akzeptablen Latenz, würde ich sagen, wer den passenden Anwendungsfall dafür hat, der sollte sich das Gerät auf jeden Fall mal anschauen. Wie gesagt, das Beste ist halt die Einfachheit dabei. Ihr müsst nicht viel machen, einfach auspacken, anschließen und Spaß damit haben. Ja, und ob es dann für euren Fall wirklich passt und ob ihr mit dieser Latenz hinkommt oder ob ihr sagt, das ist dann doch zu viel, das ist natürlich wieder eine individuelle Entscheidung. Ja, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein klein wenig weitergeholfen. Wenn ihr auf der Suche nach so einem Gerät seid, guckt euch das gegebenenfalls mal an. Ich packe auf jeden Fall auch nochmal so einen Produktlink unter das Video. Tschüss.